14 Dollar passives Einkommen am Tag. In der Woche über 100 Dollar. Das macht im Monat fast 450 Dollar passives Einkommen oder im Jahr eben 5.380 Dollar. Wie kann das sein? Passives Einkommen und das fast zu 20 Prozent? Davon kann man auf dem Sparkonto schon lange noch träumen. Kann das Ganze überhaupt seriös sein? Es ist mir reif. Ja, wir haben uns das Anker-Protokoll jetzt schon eine Weile angeschaut und wollen euch heute mal unsere Erfahrungen aus dem DeFi-Space geben. Ob das Ganze wirklich seriös ist, wie man das eventuell nachmachen kann und dann natürlich auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für das Anker-Protokoll. Also kommt mit, wenn ihr wissen wollt, wie ihr vielleicht ein passives Einkommen generieren könnt und dann viel Spaß mit dem Video. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was ist denn Terra überhaupt bzw. das Anker-Protokoll? Ja, Terra ist eine Blockchain, die von Terra Labs entwickelt wurde. Der Terra-Coin heißt Luna und ist zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Platz 9 nach der Marktkapitalisierung. Das Kernprodukt der Terra-Blockchain sind sogenannte algorithmische Stablecoins. Und der beliebteste allen voran ist der UST und ein UST ist ein US-Dollar-Wert. Also du bist nicht den Schwankungen von Bitcoin und Co. ausgesetzt. Also so ein bisschen was wie ein digitaler Euro kann man das Ganze auch verstehen. Anders als bei den Stablecoins wie zum Beispiel USTC oder Tether, wenn du es schon mal gehört hast, ist jeder UST nicht mit einem echten Dollar oder anderen Geldmitteln hinterlegt. Um stets dennoch den Wert von 1 Dollar zu behalten, gibt es hintendran eine ausgeklügelte Mechanik bzw. einen Algorithmus. Darauf gehen wir jetzt aber mal nicht genauer im Detail ein. Das würde natürlich den Rahmen des Videos sprengen. Ganz ganz simpel ausgedrückt hält das Ganze sich die Waage durch Angebot und Nachfrage. Aber wenn ihr natürlich jetzt sagt, es interessiert uns Brennen, dort mal unter die Haube zu schauen oder gegebenenfalls auch bei anderen Coins, dann schreibt das gerne mal unten in die Kommentare und wir nehmen es natürlich bei uns mit in die Agenda auf. Aber kommen wir jetzt erstmal zurück wieder zu den Stablecoins. Diese zentralen Stablecoins wie zum Beispiel der UST erfreuen sich inzwischen wachsender Beliebtheit, da sie weniger anfällig für Verbote oder Zensur gelten. Soweit erstmal zu der Blockchain Terra. Aber was ist jetzt das Anker-Protokoll genau im Detail? Anker ist sozusagen ein Sparprotokoll, das auf der Terra-Blockchain aufbaut. Und damit lassen sich unter anderem, wie im Intro gezeigt, passive Einkommen generieren. Stellt euch das Ganze vor wie bei einem Bankstalter. Die Bank heißt Terra und die Filiale ist das Anker-Protokoll. Hier wird dein Sparbuch gemanagt und auch Kredite an interessierte Kunden vergeben. Nur alles eben ohne echte Bankfiliale oder Banker, sondern dezentral auf der Blockchain. Und das Ganze aktuell mit circa 20% Rendite pro Jahr. Da fragt man sich zu Recht, wie seriös kann das Ganze überhaupt sein? Und wenn man mal etwas genauer schaut, dann sieht man doch schon recht interessante Fakten. Nämlich die Terra-Blockchain sowie auch das Anker-Protokoll wird von Terraform Labs entwickelt. Das Terra-Projekt gehört zu den anerkanntesten Projekten im Cryptospace derzeit. Die Gründer und Entwickler sind zudem bekannt und öffentlich über LinkedIn und Co. einsehbar. Sogar die Adresse der Terraform Labs und deren Büros sind öffentlich bekannt und einsehbar. Und das ist schon mal sehr wichtig, denn im Cryptospace gab es schon die ein oder andere anonyme Person, die sich im Endeffekt als Betrüger dargestellt hat. Terra bzw. Anker ist also kein kleines Hobbyprojekt irgendwo im Keller, welches anonym erstellt wurde. Ja, das Anker-Protokoll ist, wie der Name schon sagt, ein Stück weit der Anker im Terra-Ökosystem. Dennoch lassen sich bei diesen klassischen DeFi-Produkten natürlich nicht alle Risiken ausgrenzen. Dennoch versucht das Team durch sogenannte Bounties, also wenn Lücken gefunden werden, Programmierer oder eben gute Hacker dafür zu belohnen, dass sie Schwachstellen aufdecken. Das gehört inzwischen zum guten Ton eigentlich bei jeder Softwarefirma. Ansonsten besteht natürlich noch das Plattform-Risiko. Wenn das Terra-Projekt nicht mehr genutzt wird oder sozusagen den Bach runtergeht, dann ist natürlich auch Luna oder jeder Stablecoin wertlos. Aber so ist es natürlich immer bei Investitionen, wie wir wissen. Wo es eine Rendite gibt, gibt es definitiv auch ein Risiko. Soweit zum Disclaimer. Lasst uns jetzt mal anschauen, wie man vielleicht 20% Rendite auf seinen Einsatz bekommen kann beziehungsweise ein Stück weit ein passives Einkommen aufbauen kann. Ja, wenn wir die Seite des Anker-Protokoll aufrufen, landen wir zunächst auf dem Dashboard. Hier werden viele Informationen rund um das Anker-Protokoll zusammengefasst. Wie du direkt zum Anker-Protokoll gelangst, sowie viele weitere wichtige Links, findest du natürlich in der Videobeschreibung. Das Anker-Protokoll selbst kann eigentlich noch viel mehr als diese ca. 20% auf den Stablecoin-USD zu generieren. Aber alle weiteren Funktionen vom Anker-Protokoll blenden wir für dieses Video zunächst mal aus, denn wir wollen euch erstmal ganz einfach zeigen, wie ihr an diese 20% Zinsen pro Jahr auf den Stablecoin-USD kommen könnt. Um zu der Zinsfunktion vom Anker-Protokoll zu gelangen, klicken wir hier oben unter den Reitern auf Earn. Unter dem Reiter Earn erhalten wir dann ganz komprimiert und übersichtlich die drei wichtigsten Funktionen. Zum einen, wie viel USD wir schon hinterlegt haben, dann, wie hoch der Zinssatz gerade ist und hier unten links in der Box erhalten wir die erwarteten Zinsen pro Jahr, pro Monat, pro Woche oder pro Tag, die wir für die hinterlegten UST erwarten können. Stellt sich nun als nächstes die Frage, was brauchen wir eigentlich, um diese 20% Zinsen pro Jahr zu bekommen? Und dafür brauchen wir eigentlich nur zwei Dinge. Zum einen natürlich die Wallet und zum anderen die UST, die wir auf Anker dann hinterlegen können. Also installieren wir im ersten Schritt jetzt zunächst die Wallet, die wir für das Anker-Protokoll benötigen. Die Wallet, die wir für das Anker-Protokoll benötigen, nennt sich TerraStation Wallet und lässt sich über den Chrome Web Store installieren. Auch den direkten Link zur Wallet findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Nachdem wir die TerraStation Wallet erfolgreich installiert haben, finden wir in unserem Browser hier oben ein kleines blaues Satellitensymbol. Wenn wir dort draufklicken, können wir unsere Terra Wallet-Adresse einrichten. Um die TerraStation Wallet nun einsatzbereit zu machen, können wir entweder eine neue Wallet erstellen oder wir können die TerraStation Wallet auch mit unserem Ledger verbinden. Wenn wir nun eine neue Wallet erstellen wollen ohne Ledger, klicken wir hier auf New Wallet. Wenn wir dann auf New Wallet geklickt haben, öffnet sich ein neues Fenster, wo wir die neue Wallet erstellen können. Dazu vergeben wir hier einen Wallet-Namen, ein Passwort und schreiben uns diese 24 Wörter, die uns hier angezeigt werden, gut auf, damit wir unsere Wallet jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen könnten. Wenn du alternativ dein Ledger Hardware Wallet mit der TerraStation Wallet verbinden möchtest, dann klick mal hier wieder auf den blauen Satelliten, gehen hier auf den Menü-Reiter Ledger und können dann im nächsten Menüfeld unser Ledger mit der TerraStation Wallet verbinden. Damit die Verbindung hier mit dem Ledger klappt, muss die TerraStation App auf dem Ledger installiert und geöffnet sein. Haben wir die TerraStation App auf dem Ledger geöffnet, können wir hier auf Connect klicken und schon ist die Terra-Adresse des Ledgers mit der TerraStation Wallet verknüpft. Nachdem wir unsere Wallet dann erfolgreich eingerichtet haben, benötigen wir als nächstes natürlich den Stablecoin UST, den wir hier auf Anker hinterlegen können. Es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, an den UST Stablecoin zu kommen. Anhand der Crypto.com App zeige ich dir jetzt ein Beispiel, wie man es machen könnte. Um den UST Stablecoin zu erhalten, müssen wir in der Crypto.com App zunächst die Kryptowährung Luna kaufen. Dazu klicken wir auf den Button Traden unter dem Gesamtsaldo und klicken dann auf Kaufen. Im nächsten Menüpunkt wählen wir dann die Kryptowährung Luna aus. Im nächsten Menüpunkt bekommen wir dann drei Möglichkeiten vorgeschlagen, wie wir Luna kaufen können. Mit einer Kreditkarte, mit anderen Kryptowährungen oder mit der Fiat Wallet, also Euro, das wir vorher auf die Crypto.com App per SEPA-Überweisung überwiesen haben. Ich habe hier für unser Beispiel jetzt mal 100 Euro auf die Crypto.com App überwiesen und möchte also jetzt Luna mit der Fiat Wallet kaufen. Dazu müssen wir dann jetzt im nächsten Punkt die passende Anzahl von Luna auswählen. Dazu klicken wir einfach auf Luna und klicken dann hier unten auf Max Luna und kaufen dann für 100 Euro jetzt knapp zwei Luna. Bestätigen kurz den Kauf. Und bekommen dann die Bestätigung, dass wir jetzt zwei Luna gekauft haben. Als nächstes müssen wir nun die Luna auf unsere Terra Station Wallet Adresse, die wir soeben erstellt hatten, überweisen. Auch das geht ganz einfach, indem wir unter dem Gesamtsaldo auf Überweisen klicken. Dann erscheint wieder ein kleines Menü, wo wir auf Auszahlen klicken und dann klicken wir natürlich hier auf Krypto auszahlen. Da es sich bei unserer Terra Station Wallet um eine externe Wallet handelt, klicken wir natürlich hier auf externes Wallet. Sollte das nun deine erste Auszahlung mit der Krypto.com App auf eine externe Wallet sein, musst du zunächst hier oben auf das Plus klicken und unter Wallet Adresse eine neue Wallet Adresse erstellen. Also hier dann Luna auswählen und dann hier im nächsten Menü die Terra Station Wallet Adresse einfügen. Bei der Terra Station Wallet ist kein Memo erforderlich. Ist das dann erledigt, wird deine Wallet Adresse nun gespeichert und hier in der Auszahlungsliste angezeigt. Also können wir jetzt hier auf Luna gehen und die soeben gekauften Luna jetzt auszahlen. Klicken dann hier einmal auf Max und dann einmal auf Auszahlen. Bestätigen kurz die Auszahlung und müssen dann im nächsten Schritt natürlich noch die Sicherheitseingaben eingeben, um dann die Auszahlung final zu bestätigen. So, das war es auch schon. Die soeben gekauften Luna sind nun von der Krypto.com App an die Terra Station Wallet geschickt worden. Nachdem die Luna nun erfolgreich von der Krypto.com App verschickt wurden, können wir hier oben wieder auf den blauen Satelliten klicken und sehen nun in unserer Wallet-Übersicht, dass die Luna erfolgreich in unserer Wallet angekommen sind. Um nun an unseren UST Stablecoin zu kommen, können wir unsere Luna hier im nächsten Schritt direkt in UST umwandeln. Dazu klicken wir hier auf Swap, wählen dann hier im nächsten Menü UST aus und geben dann hier einmal ein, dass wir zwei Luna umwandeln wollen und bekommen dann auch die UST-Menge angezeigt, die wir für diese zwei Luna erhalten werden. Dieser Swap kostet auch eine kleine Gebühr von ca. 37 Cent. Solltest du bisher noch keine UST auf deiner Wallet haben, kannst du die Fee hier auch auf Luna umstellen, sodass du diese mit Luna bezahlen kannst. Und im nächsten Schritt müssen wir den Swap dann jetzt nur noch bestätigen. Nachdem wir die Bestätigung von unserem Ledger eingegeben haben, dauert es ein paar Sekunden, bis der Swap dann final durchgeführt wurde. So, das hat jetzt knapp 12 Sekunden gedauert und wir haben 107 UST für unsere Luna bekommen. Unser neuen UST-Bestand können wir uns jetzt auch in unserem Wallet nochmal anzeigen lassen. Jetzt nicht verwirren lassen, hier stehen jetzt 123 UST, weil ich schon ein paar UST vorher auf der Wallet liegen hatte. Das war jetzt ein möglicher Weg, mit Hilfe der Crypto.com App an diesen UST Stablecoin zu kommen. So, nachdem wir nun den UST Stablecoin haben, fehlen im Wesentlichen eigentlich nur noch zwei Schritte. Der erste Schritt ist, wir müssen unser Anker-Protokoll mit unserer TerraStation Wallet verknüpfen. Dazu gehen wir hier oben auf Connect Wallet, wählen einmal die TerraStation Wallet aus und schon ist unser TerraStation Wallet mit dem Anker-Protokoll verknüpft. Wir kriegen dann auch hier direkt unsere UST-Summe wieder angezeigt. Und den zweiten Schritt, den wir jetzt noch machen müssen, ist natürlich den UST Stablecoin im Protokoll zu hinterlegen. Dazu klicken wir zunächst auf Deposit und können dann im nächsten Fenster die Anzahl an UST auswählen, die wir im Protokoll hinterlegen möchten. Ich nehme jetzt hier einfach mal 100 UST. Zu den 100 UST, die wir jetzt hier im Protokoll hinterlegen wollen, kommt noch eine kleine Gebühr von 25 Cent obendrauf für die Nutzung der Terra Blockchain. Hier auch noch ein kleiner Tipp, niemals mit Max den ganzen UST-Betrag hinterlegen, weil dann haben wir keine UST mehr in unserer Wallet übrig, um zukünftige Gebühren auf dem Anker-Protokoll zu bezahlen. Beispielsweise, wenn wir die UST wieder aus dem Anker-Protokoll rausnehmen wollen. Also immer so zwei, drei UST auf der Wallet übrig lassen, um die Gebühren zu bezahlen. Also wählen wir hier jetzt wieder 100 UST aus. Dann müssen wir als nächstes nur noch bestätigen, dass wir die 100 UST hinterlegen wollen. Dazu klicken wir dann im nächsten Fenster hier auf Post und bestätigen die Transaktion wieder auf unserem Ledger. Nach ein paar Sekunden erhalten wir dann die Bestätigung für die erfolgreiche Transaktion. Wir sehen nun im Anker-Protokoll unsere 100 hinterlegten UST und auch die erwarteten Zinsen für das ganze Jahr. Diese können wir uns hier auch nochmal pro Monat, pro Woche oder auch pro Tag anzeigen lassen. Im Anker-Protokoll haben wir jetzt auch jederzeit die Möglichkeit, unsere hinterlegten UST inklusive den bereits erhaltenen Zinsen wieder aus dem Protokoll herauszunehmen. Dazu müssen wir die gezeichneten Schritte von gerade einfach nur in der umgekehrten Reihenfolge wieder durchlaufen. Wir klicken dann einfach hier auf Abheben, wählen dann hier den Maximalbetrag aus und sehen dann hier, dass wir den Maximalbetrag abzüglich der Gebühr wieder abheben können. Die UST befinden sich anschließend wieder in unserer Wallet, wo wir hier über den Swap-Button die UST wieder in Luna umwandeln können und anschließend die Luna wieder in die Crypto.com-App versenden können. Ja und so kann man aktuell sich noch ein passives Einkommen mit ca. 20% Rendite pro Jahr aufbauen und das sind 5 einfachen Schritten. Und ich weiß ja, am Anfang fühlt man sich da erstmal ein bisschen unwohl, beim ersten Mal so, uh, funktioniert das Ganze, beim zweiten Mal, mh, ja, so ging das und beim dritten Mal denkt man sich schon, ah, ja, so kann das Ganze funktionieren. Ist so ein Stück weit wie beim Fahrradfahren, wenn die Stützräder weg sind, fühlt man sich erstmal ein bisschen unsicher. Mit der Zeit bekommt man dann immer ein besseres Gefühl. Solltest du noch immer ein bisschen Angst haben oder unsicher sein, was du da machst, dann komm auch gerne mal in unsere Discord-Gruppe, dort können wir dir auch gerne weiterhelfen. Wenn du nicht weiterkommst, Fragen oder Probleme hast, wie gesagt, verlinken wir dann nochmal unten in der Beschreibung. So weit, so gut. Aber man hat immer wahrscheinlich noch dieses Bauchgefühl, wie können denn überhaupt 20% Rendite seriös sein, beziehungsweise ist das Ganze nachhaltig. Das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen ein Stück weit genauer beleuchten. Auf der einen Seite haben wir natürlich uns als Investoren, die ihre Stablecoins dort hinterlegen wollen und dann noch 20% darauf Rendite haben wollen. Und das muss natürlich auch irgendwie generiert werden, also die Zinszahlung an uns. Und dazu gibt es drei Möglichkeiten im Enkau-Protokoll, wie Geld verdient werden kann. Als erstes ist es wie bei jeder klassischen Bank. Besteht auch die Möglichkeit, sich im Enkau-Protokoll Geld zu leihen, also einen Kredit zu nehmen. Der Kredit wird in UST aufgenommen und für diesen Kredit muss der Leier wie beim klassischen Kredit Zinsen zahlen. Da kein teures Filialnetz vorhanden ist, können diese Zinsen auch direkt an die Enkau-Sprabuch-Teilnehmer weitergeleitet werden, also an uns. Und natürlich kann sich jetzt auch nicht jeder dort wild einen Kredit nehmen, denn im DeFi muss man ja gar keine Namen und Daten hinterlegen. Wie funktioniert das Ganze, also dass es nicht zusammenbricht? Um einen Kredit zu bekommen, müssen deshalb mehr Sicherheiten hinterlegt werden, als derjenige sich selbst leiht. Aktuell können als Sicherheiten zum Beispiel Luna oder Ethereum hinterlegt werden. Zukünftig sind aber noch weitere geplant. Zweitens, die von den Kreditnehmern hinterlegte Sicherheiten generieren ebenfalls Rewards für das Protokoll. Die hinterlegten Luna oder Ether können dann sozusagen wieder gestaked werden und aus diesen Sicherheiten können dann also Zinsen generiert werden. Und diese generierten Zinsen, die durch Staking verdient werden, werden dann wieder an die Investoren oder die im Sparbuch haltenden Enkau-Protokoll-Teilnehmer ausgezahlt. Und drittens, wenn die Sicherheiten eine bestimmte Schwelle unterschreiten und nicht mehr im gewünschten Verhältnis zum Kredit stellen, werden diese teilliquidiert, um Kredite zu bedienen. Bei der Liquidierung entsteht eine Gebühr von 1%, die wiederum vom Enkau-Protokoll einbehalten wird. Aber natürlich sind jetzt die Einnahmen durch die Kredite immer nicht genau mit den Zinsauszahlungen übereinstimmend. Was macht man bei solchen Über- oder Unterschreibungen? Dafür gibt es dann nochmal einen sogenannten Kontrollmechanismus. Deshalb hat das Enkau-Protokoll auch eine sogenannte Yield-Reverse zur Unterstützung des Protokolls. Also verdient das Enkau-Protokoll durch die Kreditgeschäfte mehr Zinsen, als sie auszahlen muss, wird die Yield-Reverse natürlich mit dem Überschuss aufgefüllt. Müssen hingegen mehr Zinsen ausgezahlt werden, als Kredite generiert werden, springt die Yield-Reverse wieder ein und füllt die Differenz der Zinsteilung auf. Ja und so kann man gewährleisten, dass immer circa 20% Rendite erzielt werden und es zu keinen zu großen Schwankungen kommt. Jetzt wollen wir natürlich noch die Frage klären, wie nachhaltig die Rendite wirklich ist. Und da muss man sagen, aktuell ist das noch nicht ganz perfekt. Aber warum das kein Problem ist, erklären wir euch jetzt noch. Seit Dezember wird zum Beispiel deutlich mehr UST im Protokoll für die 20% Zinserträge hinterlegt, als Kreditgeschäft dem gegenübersteht. Das sorgt dafür, dass die Yield-Reverse seitdem dauerhaft einspringen muss, um überhaupt noch die 19,4% zu halten. Man sieht in der Grafik hier auch schön, die Einlagen in grün sich immer weiter von den Krediten weiß abgekoppelt haben. Die Yield-Reverse wurde in den letzten Wochen deshalb nahezu vollständig aufgebracht und wurde nun extern wieder mit 450 Millionen UST aufgefüllt, um die 19,4% auch noch weiter aufrechtzuhalten. Also man sieht schon, ein kleiner Batzen Geld wurde noch mal in den Topf geworfen und damit sollte das Ganze noch eine Weile so weiterlaufen. Dennoch muss man sich natürlich fragen, das kann ja nicht ewig gut gehen. Man kann ja nicht immer wieder oben Geld reinwerfen. Also was ist jetzt konkret der Plan? Aktuell haben sie jetzt erst mal Zeit gewonnen, um eine stabilere Lösung auf die Straße zu bringen, die Entwickler. So ist es zum Beispiel geplant, dass bald auch weitere Chains hinterlegt werden können. So zum Beispiel AVAX, Solana oder eben Atom. Und das ist natürlich super interessant, weil dort wieder neue User in den Kosmos gezogen werden und auch wieder mit den Sicherheiten natürlich neue Staking-Rewards generiert werden können. Aber es stellt sich natürlich noch eine wichtige Frage, was passiert denn, wenn die Rücklagen kleiner werden? Ist mein Geld dann auf einmal verloren und weg? Kein Grund zur Panik, das ist erst mal nicht der Fall. Was passiert in dem Fall, haben wir schon in den anderen Bereichen vom P2P gesehen. Langsam werden die Zinsen sich nach unten anpassen. Also sie werden nicht komplett auf Null fallen, sondern automatisch in dem Algorithmus oder in den eben sogenannten Smart Contracts implementiert, wird dann langsam die Rendite nach unten gefahren. Also wer früh mit dabei ist, kann auch die hohen Renditen mitnehmen und mit der Zeit kann es sein, dass die Zinsen sich langsam nach unten anpassen. Das Anker-Protokoll kann also nicht wie ein normales Unternehmen einfach von einem oder anderem Moment Pleite gehen und das Geld ist dann weg. Bei einer Kürzung könnte man davon ausgehen, dass der Zins dann irgendwo bei etwas über 10% liegt. Also noch weitaus mehr, was wir von jedem aktuellen Bankkonto kennen. Kommen wir nochmal zu unserem persönlichen Fazit mit dem Anker-Protokoll und was wir aus dem Ganzen so ein Stück weit mitgenommen haben. Was uns persönlich sehr gut gefallen hat, ist, dass man einen sehr einfachen Einstieg in den DeFi-Space bekommt. Das muss nicht immer so sein und kann teilweise recht komplex aussehen. Das Zweite, was natürlich super attraktiv aktuell ist, ist natürlich das Stück weit passive Einkommen von fast 20%. Das Coole ist natürlich auch, es braucht keine Bank, kein Berater oder sonst irgendwas. Man kann es ganz bequem aus von zu Hause mit dem Laptop und dem Rechner machen. Was natürlich auch super spannend ist, dass man sich hier nicht irgendwo extra nochmal registrieren muss. Also sprich, man kann hier einfach losstarten und muss nicht erstmal durch das Web-ID Verfahren, wo man in der Warteschleife hängt, durchkämpfen. Ja und das Spannende mit dem Anker-Protokoll ist, dass man wirklich mal eine einfache Oberfläche hat, wo man mal loslegen kann. Dadurch kann man dann wirklich seine ersten Gehversuche im DeFi-Space machen, ohne wirklich die Angst zu haben, okay, jetzt wird es ganz komplex und ich muss hier irgendwelche Programmierkenntnisse haben. Sondern jeder, der seinen Rechner und Laptop bedienen kann, sollte sich hier eigentlich zurechtfinden. Trotzdem ist es natürlich jetzt kein Freifalt-Schein, einfach blind sein ganzes Geld und erspartes dort reinzuwerfen. Wie immer gilt es logisch für sich abzuwägen, okay, wie viel Risiko kann ich gehen, wie viel Geld möchte ich dort investieren. Am besten natürlich immer diversifizieren und nicht alles in einen Topf werfen, hat schon der liebe Warren Buffett gesagt. Wenn du jetzt selbst mit dem Ganzen starten möchtest, haben wir vor kurzem ja gezeigt, wie du mit Krypto.com dort Luna kaufen kannst, diese dann switchen kannst in UST und dann mit dem Anker-Protokoll deine ersten Gehversuche im DeFi-Space zu machen und bis zu 20% Rendite aktuell noch zu verdienen. Aktuell gibt es auch nur mit unserem Code unten drunter 25 Dollar zum Start bei Krypto.com. Wenn du sagst, das ist mir noch ein Stück weit zu viel, ich will nochmal einen Gang zurückschalten, verlinken wir dir hier auch nochmal unseren Kryptozinsenvergleich, wo du aktuell auf deine Euro noch 4, 5, 6 Prozent, je nachdem was du da machst, verdienen kannst. Ansonsten lass uns gerne nach einem Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat oder vergiss den Kanal nicht zu abonnieren, damit du keins der nächsten Videos verpasst, um weiterhin smart zu investieren. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal.